Viel Spaß mit den Plots 30 bis 21 mit den Platzierungen 23 bis 16. Die Cinematics für dieses Video wurden von Dennis Bills erstellt. Der Link ist selbstverständlich in der Videobeschreibung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Cinematics 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 für funk, 2017 Oben links könnt ihr euch nun die Plätze 8 bis 1 ansehen, oben rechts die Plätze 15 bis 9 und unten rechts die Plätze 28 bis 24. Links unten könnt ihr uns abonnieren. Auf cupofarchitects.eu könnt ihr nun für die Themen in der ersten Gruppenrunde abstimmen.